Clever vorgesorgt. Gelassen anstehen mit Windel. Sie ist Fantasy-Fan und Diaper-Lover. Beim mitternächtlichen Verkaufsstart des neuesten Bandes ihrer Lieblingsreihe will sie unbedingt ein Exemplar ergattern. Dazu muss sie allerdings vor dem Buchladen viele Stunden in einer Warteschlange ausharren, wobei sie ihre Windel auch erotisch zu genießen weiß. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de